What the f- Nääääää Geridium! Ich hab mir vier Geridium bekommen Oh, ich hab gar nicht gekriegt Oh sorry, hab ich das zu sehr bereit Oh ne, bessere Flaper Echt? Ne, doch nicht Ich hab ne bessere, was Deutschweiss gekriegt auch jeden Oh oh, Tobi, weg! Au So, jetzt reicht's für mich Ich hab noch 300 danach Ja, geh weg Ich mach mal die Oh, weißt du Mir hat die Kattes vorbeugen gehört Oh, fast drei Borderlands-Zeichen, Alter Du weißt noch nicht mal, was das macht Vielleicht bestimmt die mit ne geile Waffe oder so Glaub ich nicht Meinst du? Doch, Mann Wenn du so lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt Oh, hier ist ein gutes Schild, Tobi Aber das ist teuer, hast du über 1000? Nicht mehr Das kostet über 1000 Naja Ah Okay Dann haut mal rein, Leute Ne? Tia So, Leute Hier sind wir wieder Hallo Und Was machen wir jetzt eigentlich für ne Mission? Ich guck mal schnell, ne? Ah, ich hab noch nen Token, hast du rein? Aha, was mach ich denn? Treffsicherheit Und ich hab keinen So Die Waffe, die du mir gegeben hast, die bleiben entgegen der Haften und explodieren Das ist alles Stufe 8, also können wir von oben anfangen Okay, jetzt ist das erste gleich drin Let's go Oh je Jetzt springen ist hier lustig Mit dir Ist das ein Kammerjäger? Wie das aussah halt Ich hab gar nicht nachgeguckt, ob ich volle Muni hatte Ne egal Ist man schneller, wenn man springt? Weiß nicht, kommt mir so vor Weiß ich auch nicht Ich hab grad Schaden Ja, weil du dich selbst angeschossen hast Das ist doch eine, wie ich hab Das ist doch eine, wie ich hab Wieso, was gibt's denn da? Raketen Ich hab ruhig mal ganz ärger geschafft, hab ich, äh So ein Aussehen für ein Auto Richtung Neue So ein Aussehen für ein Auto Richtung Neue Ja Jo Jetzt hast du Tourschmung wieder Zeit für ne Neue So Ja, du willst ja fahren Cool man Ich muss doch ein bisschen auf die Karte gucken Wieso? Ich kann nicht fahren und auf die Karte gucken Doch Also auf die Große Ich kann die... wieso soll ich... Dann kann ich auch nicht schießen weg auf der großen Karte gucken Ist ja egal Nein Also so kann ich bloß viermal Daubs fahren Ja ist doch, ja, irgendwann kommen wir an Ja, da rüber Ja, da rüber Ist ja nicht das Anfangsgebiet, wo wir herkamen oder sowas? Ne, doch nicht Wir werden das aussteigen, da müssen wir eh zu Fuß rein Das wird dir nicht gefallen Das wird dir nicht gefallen Das wird dir nicht gefallen Wo ist er dich? Seht euch nur die ganze Ausrichtung Oh, was hat er denn? Das ist ein Tyro 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 Fuck, ich brenne Ja, ich auch Zum Glück ist mein Schild resistent gegen Feuer Ich will mal die Pistole ausprobieren WTF, der ist resistent, Tobi? Ich bin bei dir Wie gesagt, zum Glück ist mein Schild Feuer resistent Das ist ein Tyro Oh Gott, der hat eine Granме gewaucht Da hinten leuchtet was. Da liegt nur Sirenenplatten, ding. 46% Schussschaden und Genauigkeit. Nee, geht ja minus. Meine hat minus 8 Genauigkeit nur und 56% mehr. Lass uns in Ruhe! Hast du noch ein Lanking-Iphone? Sind auch wieder Pyros, ja. Das Schild ist okay, was ich gehabt habe, Tobi. Kann da voll drin stehen bei den Typen. Arschlo, nix. Ich will so eine Skake-Waffe haben. Ist das eine Skake-Waffe? War es eine Skake-Waffe? Hat er doch gezeigt, wenn die... Wenn die damit anschießt und dann mit einer normalen Waffe macht das mehr Schaf. Ach du meinst diese... Ach so, dieses Korrosions-Dingy-Bombie oder was das war? Ja, die doch. Du meinst das Elementarteil. Wie ist die echt Skake-Waffe? Ja, warte. Du kannst doch nicht alles nehmen. Nur Muni. Ich brauche auch Muni. Ah, du hast Muni. Du hast eine Sniper-Rifle. Da reicht er. Was denn? Oh, normalerweise kommt... Ey, das kann man! Ich wollte doch sagen. Da kann man doch kaputt machen. Da. Kannst Muni haben. Da ist Sniper-Muni sogar. Jetzt wird sie nicht! Ne, ich brauche auch Pistolen-Munition. Boah, die Schrofflin ist geil. Ich glaube da eine Schrofflin wäre meine vierte Waffe glaube ich denn. Ja, aber mir auch. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem. Wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot-Banditen-Clan scheint das Versteck des Firehawks anzugreifen. Soll ich denn Pause machen? Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hingerlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Was haben wir hier? Ruhig Muni. Das. Granaten-Mods. Das ist gut das. Ich muss erst mal gucken. Was ist das für ein? 77 bloß. Da ist die doch besser. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Ja, das kaufe ich mir. Fuck yeah. Ja? Willst du mein altes Schild haben, Tommy? Mit Feuerbeugeln? Ne? Okay. Ich habe nämlich ein neues. Also müssen wir jetzt... Also müssen wir jetzt aufhören. Ja, egal. War allein. War allein nicht gesagt, die wurden drei, aber... Halt dich raus Kammerjäger! Das ist ne Sache zwischen dem Bloodshot und dem Firehawk! Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen! Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen! Okay, dann hören wir hier auf! Dann müssen wir jetzt aufhören! Tja, das war... Ein bisschen überdeutlich! Alle lassen hier noch labern! Ah, toll! Okay! Dann haut rein Leute! So, hallo Leute! Wie sind wir jetzt hier denn? Hoffentlich länger als 10 Minuten! Geben deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort unten! Ja, ich hoffe auch! Aber... Soll eigentlich funktionieren! Hier gibt Medikets und Schilde! Das sind Schilde mit Minus-Maxx-Gesunder! Das ist ja scheiße! Brauch ich noch Moni? Ja... Okay, dann gehen sie weiter! Wenn du anders einkaufst, lass ich dich tüten! Da hinten musst du langen, ne? Ja! Ja! Wie ist das hier, Kina? Keine Ahnung! Was ist das denn für ein Vogel? Ne, hier ist ein Klo! Ich kann das Klo nicht aufmachen! Kannst du das aufmachen? Nein! Weil jetzt sitzt einer drauf! Piss auf dran! Uh! Ich hab das gefunden! Iridium! Ich auch! Ich muss Acht bekommen, wie das auch beide! Ja, ja, ja! Hm! Hier ist ja gar nicht so aus in dem Ding! Hier ist es! Ah, da sind Gegner! Ich hab sie gefunden! Keine Bewegung! Hey, die zum Glück, die haben irgendwie alle Feuerschaden! Das stört wie ein Scheißdreck! Ich bleib hier oben! Oh mein Gott! Hey, was? Oh mein Gott! Wo kam denn der Feuer grad her? Man kannste Turschpinnen, kratsch! Haha! Was ist das? Wo sind denn welche? Irgendwo über uns sind welche! Hier oben sind auch welche! Du bist gleich runtergesprungen, du hast, ne? Ja! Natürlich! Ich bin unten! Hier oben ist es natürlich! Natürlich bin ich runtergejumpft, so wie wir sonst sind! Alter, was ist denn das? Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Uh, was ist das? Wo bist du? Ich hab so'n Goliath den Kopf abgeschossen, jetzt ist er... Läuft da ohne Kopf und greift nicht an! Das will ich sehen! Ist der tot, oder? Ja, das ist doch tot! Guck ihn dir an, den Kopf! Oh! Was ist das denn? Ew! Ich hab mir den Kopf weggeschossen, dann war das noch da, dann hat der mich angegriffen! Was war das denn für ein Ding, Alter? Hier hinten ist noch was, ne? Ich hab mir halt ein! Munition, brauch ich halt nicht! Ich hab mir das Ding! Schnapp die Falle zu! Dein Todtrieb bevor! Oh shit, mein shit! Keine Frage! Au! Was ist das? Was brennt denn hier? Da unten! Oh, puh! Ich hab den gar nicht gesehen, Alter! Halt still! Alter! Hast du grad hier alles gelootet, als ich hier gestorben bin innerhalb, oder was? Du bist ein Arsch! Da war was besseres bei! Da wollte ich erstmal nachgucken! Du falsch still! Da ist wieder so'n Goliath! Wo ist jeder? Wir dürfen bloß den Kopf wegzuschieben! Wo ist so'n Goliath? Da unten! Da unten! Oh! Ich bin da! Hast du den Kopf abgeschossen? Oder sonst wo? Ich halte alles aus! Das ist aber nicht wirklich das Problem, oder? Ist aber cool! Ja, der ist aber nicht schwer! Das ist aber cool! Ist auch nicht schwer zu töten! Oh! Oh! Habe ich gesagt, dass ich schwer zu töten? Vielleicht! Das wird dir nicht gefallen! Oh, da ist ja noch mehr! Ich habe keine Zeit für dich! Ich hab keine Zeit für dich! Scheiße! Boah, hast du mich erschreckt! Ausgezeichnet! Alter! Alter, kommt meine Mutter hier mit einmal rein und das schreckt mich erstmal. Boah, krieg ich ein Halbherz in Frank, weißt du? Ich muss mal was sagen vorher. Ich rieche dir mal schöne Grüße aus, die ist schon wieder weg. Alter, die hat mich hier erschreckt. Ich stehe mit einmal neben mir, weißt du?